Welcome, äh, was richtig in Englisch, ähm, Willkommen zur Kamera von PC, heute mit einer deutschen Sendung. Wir spielen auf Operation Metro, etwas Battlefield 3, da ist immer einer. Und ich gehe jetzt zu Gameplay, Footage und Live Commentary, also. Oh, so knapp, Found Revive. Hey. Letzte Sekunde, was soll ich? Ja. Da wir Russland sind, ähm, warten wir für einen russischen Akzent. Das heißt, da ich gerade, ähm, was gehört habe, wo ein Amerikaner geredet hat, You Need Ammo, ähm, ist ganz klar, dass, ähm, da hier gerade ein Russe in der Nähe war. Und darauf müsst ihr drauf achten. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf dem deutschsprachigen Battlefield ist, aber hier auf Englisch funktioniert das genauso. Scheiße, hey, Reload. Health. Okay. Kannst du reviven? Ja. Oh, danke. Achtung, von links, von links, von links, von links, von links, von links. Ist, glaube ich, tot. Der liegt, ja. Am Haupteingang ist einer. Weil, siehst du den auch, der hier so steht? Ja, der hier so steht. Haupteingang habe ich einen. Da kann aber noch ein sein. Okay, äh, Türe cleanen, versuchen wir mal. Da ist keiner um die Ecke. Von links aber. Ich versuche hier ganz groß den Kreis drumherum zu nehmen. Mal gucken, ob ich was hinkriege. Äh. Okay, hier. Ähm, folge mir. Die kommen hier schon wieder an den Seitenangaben. Da sind zwei an der Ecke. Gehen habig? Wenn wir Glück haben, können wir A kontrollieren, dann können wir, ähm. Ziemlich haben wir, haben wir Map-Control. Okay, dann wollen wir mal hier auf A verbruschen. Äh, guck du links, ich rechts. Okay, wir nehmen A ein. Ah, da liegt noch einer direkt von uns. Shit. Ja. Okay, ich geh in das Heus in hier rein. Oh, hier ist ein Fein. Kannst mir Amo hin schmeißen? Danke. Oh, da kommt noch ein, die sind ja schon bei B. Die sind bei B? Wir nehmen erstmal A ein, dann kommen die. Die wird jeder mal von diesen blöden Slayer schossen hier. Von wo kommt er? Wir sind ja bei B. Wir sind immer so bei B. Hast du, hast du, hast du, hast du? Nein. Das sind wir. Okay, haben wir, haben wir, haben wir. Denn da ist einer, sind bestimmt noch mehr. Ne, da war einer. Okay, lass uns auf B vorpushen. Da sind sicher noch mehr, aber ich glaub trotzdem, dass wir B sicherstellen müssen. Okay, ich komm. Oh, rechts. Oh, im Tunnel. Amnesia. Überrang 37. Boom, knife. Boah, sei für das 11 zu 0, ich hilfst dir. Echt? Ja, nicht schlecht. Und 10.000 Riven. Ah, shit, von links. Ah, shit, jetzt bin ich tot. Ach, Mann. Killstreak vorbei. Oh, von einem, überrang 100, das war ja klar. Den muss ich nachher nifen. Mario, ich skon- Ich krieg dir irgendwie gar nichts gelegen, oder? Ich krieg dir irgendwie gar nichts gelegen, oder? Was ist das? Wer ist das? Ich komme zu dir, Major. Ja, brauche Hilfe hier, ganz dringend. Major, ich spawne bei dir auch. Sicherheit, spawn. Gespawnt. Okay, holen wir uns. Achtung, Granate. Oh, QBB. Der schießt mich mit einem Schuss ab. Das ist ja unmöglich. Ach, da oben sind... 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich würde mal 7 auf 8 Enemies gucken. Achtung, Major, ich spawn. Oder auch nicht. Ja, ich hab zwar Sly-erisch, aber Creeper hatten. Ja, 3, 4 Mann jetzt da unten. Okay, ihr könnt auf mir spawnen. Wir müssen noch schnell vorporschen, bevor die die nächste Position hier eingehen. Ey, das kann nicht sein, ne? Ich guck einmal, und mehr können wir nicht tun. So, und lasst mich mal hier ein bisschen was zum Gameplay erzählen. Ich spiele, äh, wie schon gesagt und habe ich schon gesehen, auf der Operation Metro, ähm, eine viel zu, eine viel zu benutzte Lapier auf, ähm, Battlefield. Aber, naja, man will ja auch mal das schöne Spielen, und in dem Fall spiele ich heute Operation Metro, ähm, mit der AEK 971, ähm, das ist zur Zeit wahrscheinlich meine Lieblingswaffe von allen Waffen. Ja, die stehen da alle bei diesen Treppen, die haben gar nichts von hinten ankommen, da. Ja, der hat mich ja auch, ey. Das ist... richtig scheiße, da. Nee, komm, Garantied Play. Und da wurde ich mit einer M1683 gekillt. Unmöglich, dass sowas funktionieren kann. Aber ich, ich kann ja auch kein Headshot oder so geben, und der fällt nicht um. Äh, Level 100 dann natürlich. Ah, Level 100, okay. Ähm, lass es... Oh, schon wieder. Kannst du mich noch einmal da gehen? Ja, ja, klar. Ja, so, danke. Wo schießt ihr die denn ab? Ähm, bitte nochmal, Ra. Da bist du wieder Doter. Da rennt, da rennt, da rennt, da. Schön. Das war der Rang 100. Jetzt können wir vorboschen. Okay, ich bin oben in der... Oh, wie weit? Ah, schade. Wir sind hier am Tunnel. Ja, ich war auch im Tunnel, aber ich bin gestorben. Die sind am Ende des Tunnels bei der B-Flagge. Pass auf. Ähm, ich spawn auf Spiceman. Keine Ahnung, wer ist es. Wir sind da rechts und links drinnen, auf jeden Fall. Da wir, ähm, hier die Trappe als Schutz haben, dürften wir eigentlich hier im Vorteil sein. Ah, Mann, aber hier stehen auch so viele. Ah, da, da. Ah, Mann, warum krieg ich denn nicht? Hä, was ist denn das? Okay, ähm, links gucken. Links, links. Und hier natürlich mit der ganzen Suppression, die wir hier jetzt in Battlefield 3 haben, ist es etwas schwer, da ordentlich hier loszugehen. So, auf drei pushen wir. Eins, zwei, drei. Oder auch nicht. Ich glaube, ich habe gerade den Übergang 100 gekillt. Hast du den Revited? Nee, ich bin nicht tot. Ah, nee. Nee, den habe ich nicht gekillt. Schade. Oh, mit Legend. Ähm, Spiceman können wir spawnen. Guter Spawnpunkt. Oh, ihr feint, oh. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn gekillt, aber er hat mich auch gekillt. Könnt ihr mich überwählen? Oh, mit Legend. Überrang 100. Ach, hier, Obid. Hm, ich riecht gut ersessen. Oh, der kann mich da erstellen. Ziganer, Ziganer, Sicherheit, Sicherheit, ich spawnen. Ja. Ah, ich kann spawnen. Ah, jetzt, okay. Oh, ist okay, okay. Ah, von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Oh, shit. Oh, ja. Der 100er von hinten. Scheiße. Ach, warum, wo kommt der immer? Ja, die kommen auch von hinten an diese andere Treppe, bei einem 3, 4 Mann. Okay, Tickethausbahn. Ah, und schon wieder tot. Da oben stehen dann ein paar rechts hinter der Ecke, wenn du die vorderen Treppen hochkommst. Von der anderen Seite gesehen. Majo, ich spawnen auf die. Und so ist es, da wird es immer kurz. Ah, schön. Ah, nein. Revive, please, revive. Wo bist du denn? Ähm, ich lieg hier unten an der Treppe. Also nicht die Rolltreppe, sondern bei dir, Maya, oben. Na, okay, zu spät. Ich bin kein Spawn. Granada. Kannst du Revive? Ja. Ja. Du musst aber aufpassen, wenn du in der Killcam den Jungen siehst, der dich ähm... Nee, ich kann dich nicht arbeiten. Shit. Wenn du gekillt wirst und du fragst ihn am Revive, musst du mir sagen, wo der Enemy ist, ob der noch am Leben ist oder nicht. Weil sonst, ähm, wurde ich gerade abgeschossen von deinem Enemy. Okay. Ja, nur so als Tipp. Ähm, okay, hier. Ähm, Revive-Meyer. Hinter der Treppe kommen sehr, ganz viele. Hinter der Treppe, okay, ich komm. Oh, ich seh den. Der kann nicht losloben, ne? Der ist auf der Treppe, Ina, und zwei hier noch unten. Überrang 7 hab ich gerade erreicht. Da ist einer auf der Treppe. Ja, ich... Ah, nein, shit, hinten 100er Rang, ähm, zweite Treppe. Schön, 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 schön. Oh, von links, ah. Ja, da kommt noch einer. Die kommen dann immer über drei Mal runter. Ah, die sind jetzt alle da unten unten. Die sind alle unten links, äh, gehen schon ins Überrang. Wenn man hier die Rollstelle vor hochkommt, dann könnte man ein paar, dann könnte man über 30. Ja, ich bin auch dort. 21 zu 9 ist einigermaßen akzeptabel. Das Doppeltes ist gut. Alles, was mehr als das Doppeltes ist, ist, ähm, sehr gut. Für mich zumindest, ähm, ähm, dasselbe ist, ähm, akzeptabel. Und alles darunter ist so gut wie, ja. Alles darunter ist schlecht, also richtig schlecht. Nein, fast Orbitnatchen gekillt. China ist auf der oberen Treppe, auf der ersten Treppe hier. Oben. Boah, die sind hier alle unten, äh. Major, die sind genau unter dir hier, ne? Naja, was ist hier vorne, oder was? Äh, nee, hier hinten. Genau jetzt unter dir. Fünf oder sechs Mann waren wir gerade. Okay, jetzt sind ein paar weniger. Die kommen hier hoch, Major. Wo seid ihr? Ah, ihr seid da. Andere Seite. Nein, 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 nein. Shit, 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 shit. Mann. Das war ein schlechter Move. Okay, ähm, wer, wer ist besser an Prozession zum Spawn? Kannst bei mir spawnen. Okay, spawn. Und da unten sind sie alle gestorben. Was ist denn da passiert? Keine Ahnung. Die kommen jetzt hier außen rum. Die sind wieder hier, wo wir gerade waren, hier oben. Oh, von links. Oh, sly. Die sind jetzt an den Rolltreppen vorn. Oh, but legend ist oben auf der Rolltreppe der ersten. Naja, entschuldigung. Brilliant. Sieben Prozent, ich weiß, das regt mich auf. Da kann man eigentlich noch schön hier abspannen. Oh, fast tot schon, Alter. Meyers, bleib, ich muss fahren. Da kommt einer. Ich wurde schon wieder angehütet. Von wo? Hier geradeaus. Also, wer ist tot? Nee, er liegt irgendwo noch da, oder? Oh. Oh. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Da war drei. Ah, der Oberrhein-Hundert hat mich natürlich erlebt. Ach, ich auch? Ja. Okay, Spiceman ist, wo der einzige Spawnpunkt jetzt bei 60. Und 50 zu 11. Und 70 zu 60, die im Klatschener. Okay, Zygana, wie sieht's bei dir aus? Clear. Okay, furchtun wieder vorwärts. Okay, haben wir. Hab ich, hab ich, hab ich. Brauchst du Hilfe? Nee, im Moment nicht. Schmeiß trotzdem ein. Hinter uns ist einer wieder. Die sind alle schon vor der Main Base. Ey, hier der Level 100er, der rennt die ganze Zeit zu uns in der Main Base rein. Wo ist denn der? Die sind alle rechts da bei den Zügen. Ja. Nein, Amnesia. Ach, den hätt ich, den hätt ich kriegen können. Aber der hat nur 1% Health gehabt. Ja, das ist mir mal wieder klar, ne? Ja, weiß. Noch ein Schuss und dann hätt ich ihn. Hätt die Mauer ja recht schon mal. Wow, wow. Orbit Legends sitzt am Zug und knallt mich mit M16 A3 so schnell ab. Kann ich gar nicht, ähm, zurückschießen. Okay, Garage hab ich. Hier sind, glaub ich, 4 Stück auf der rechten Seite. Links, links, komm, sind vom hinterm Zug. Laufen sie langsam vorwärts. Da ist er, da ist er. Oh, oh, shit. Da steht Slice1337 steht hier links hinterm Zug. Kurz vor unserer Base. Hat der mich weggezogen? Außen nicht. Als ob der genau geahnt hat, ich sitze hier. Maja, spawn, ähm, spawn. Danke. Oh. Boah. Warte, ich verweif dich. Jetzt ist der Server echt affig hier woher. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Ich hab den da. Schöne Sache. Ich dropp mal Ammo. Äh, ne, ähm, helf. Liegt beides hier. Ja, eins wurde grad zerstört. Sollen wir geradeaus raus von Rolltreppe? Ja, lass uns Rolltreppe rushen. Nur ein Stück hochgehen, sodass wir Cover haben. Ja, sieht clear aus. Granate raus. Hat den. Schöne Sache halt. Da liegt einer. Ja, ich hab einen gespottet. Wo liegt der? Geradeaus, äh, hinter einer Säule. Mhm. An so'n Blumenbeet. Bist du dir clear? Ach, shit, 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 shit. Ja, der auch. Orbit Legend mal wieder. Wo war er? Ähm, der, oh mein Gott, der rennt zu B. Und zwar in der hintere Treppe. Ähm, der rennt, der ist ganz rechts, von der hinteren Treppe auf die vordere Treppe. Was labe ich hier. Der ist ganz, ganz links von uns ausgesehen. Der soll aber auch schön bleiben, ne? Ja, ähm. Was ist der, Maddy? Ja. Hier kam ein bisschen mehr innerhalb von der untergesprungen. Wollte mich schon abmessern, aber... Ein Problem, dass ich jetzt langsam... Ah, oh, shit, shit, shit. Slicey, Slicey. Ja. Ne, hat er gut gemacht. 24 Mal genommen. Zwei Schüsse damit weg. Headshot. Ne, kann ich nachschauen. Ah, nee, jetzt ist der Steppe da drin. Ah, Grenade, Grenade, shit, 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 shit. Hm, auch voll realistisch. So, 31, 16, 31, 17, nach dem Kill ist gar nicht gut. Ah, und ich, auch, ich weiß nicht. eine Hand und mich abgeschossen kommen noch mumpeln äh ich hab hier welche bist du direkt bei mir gegenüber? ja, ich bin gegenüber ich versuche mal zu dir zu kommen ok, bin hinter dir wenn ihr spawnen müsst, spawnt auf mir ich bin bei B ja, ich bin bei B ah, nein, fuck von hinten der 100.000 Mann da Spawn auf dir, Maya links, pass auf mach's mal die Tür vor kurz mal danke er ist guter Spieler über über 73 zu 23 ist guter ich mein, der wird immer schlechter hier ok, ich bin hier am Tunnel der rechten weiter schön gut gemacht ähm oh, links kommen jetzt ganz viele diese diese scheiß langere reload time für die für die IK 97 ist echt schade 971 ach, da gibt's auch nen Peak mit dem man die Relay-Town lang genug war, wird sie noch weiter oberporn hey Leute, irgendeiner Billi, was von mir die rennt die ganze Zeit um mich rum mumpeln vielleicht ja, ich weiß mal mumpeln dann vielleicht ach so so ha 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 ich hab schon gedacht probiert ab, der braucht den Bulli aber relativ gut wie er vor kurz nicht aber auch nicht mehr lange ich würd sagen, gleich geht's wieder anders ach shit, dann hat er gar nicht gefackt ähm, ich seh dich gar nicht ach, da ok, da hatte ich schon niemand ok, danke oh, hab einen nervös so wollen wir rushen? ah, komm komm, Granaten nee, Granaten nee, Granaten oh, Alter die kommen von hinten jetzt, äh, zu B hoch ok, pass auf hinten ich ziege noch also von unserer Seite aus zu B genau, jetzt sind sie oben jetzt kommen sie bestimmt hier unten über runter ok, ich versuch mal hier, ähm, nach vorne zu pushen die schießen auch von der vorderen Rolltreppe yeah, Sliss hab ich abgeschossen ja, der ist Leister da ja, der ist Leister da können wir mal rushen, rushen, rushen ja, können wir rushen, rushen, rushen ja, ich werd abgeschritten ok, äh, wenn ihr alle da seid, dann können wir rushen auf 3 sobald die Gunner anwächst sind 3, 2, 3 oh, ne, die kommen von hinten, die kommen von hinten die Kappe ah, ich schätze hinten, pass auf du geh mal an, und dieser Überfreak ist jetzt wirklich, oh hab den nice da ist noch einer, da ist noch einer geradeaus, geradeaus, geradeaus oh, mit Legend hat mich gerade abgeschossen ich hab den auch schöne Sache, ähm, please revive, danke ok oh oh soll ich mal rushen? ja, blöde Granate geworfen ah, ich auch gerade ja, jetzt, oh, ich hab sogar einen Kill dafür bekommen rush, rush, rush ja, okay, ah, ich hab einen bekommen, äh, zwei, glaub ich ne, nur einen der andere war am Boden schon ich spoil noch, spawn auf dir jetzt hier noch? ja nochmal jetzt, rushen ok, warte, hier steht noch einer ok, rushen auf 1, 2, 3 ah, der lag da am Boden ja, hab ich gar nicht gesehen da sind zwei ja, ich hab einen äh, bin tot kannst du revisen oh, danke da liegt noch einer ah, und der zweite kannst du, oh, Orbit Legend natürlich woher denn? ähm, im Tunnel rechts ganz hinten bei den Lockern bei den Schließfächern steht der und wartet noch hier, helft ich hab's da ist einer und noch einer hab einen noch schön, ich hab nur Assists bekommen ja, äh, lass uns kurz mal über einen wichtigen Topic hier reden und zwar Burstfire mit der AEK ist lebenswichtig und ich sag lebenswichtig und ich sag lebenswichtig weil ohne Burstfire macht man mit der mit Burstfire ohne macht man auch schön Sachen aber mit Burstfire verbessert es die ganze und ich war nie in Burstfire Fallen ich war immer der Trauhauf und Burst und ähm schießt alles weg aber Burstfire auf dieser Weapon auf dieser Gun macht echt Sinn und verbessert dein Gameplay auf jeden Fall um einiges so ein Kinders ist, das heißt er ist tot ich guck mal zum Mal ah, ja boah, boah, boah Hä, wie hab ich in den Fall hat er alle Platte gemacht oder was ne, ich hab's live gemacht er kann man eigentlich um China kontinuieren ich hab grad medien äh Muni geschlossen hier steht genau da immer mal da ist er, da, 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 da ich hab's auch zehn Granat in Kelsdamer drauf haben auf dem Server also ein Granat oh, 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 fuck, fuck, fuck so, ich bräuchte es langsam amok hinter dir danke ok, push, forward ah, hier, ah, hier stehen sie alle, shit, man das wusste ich nicht ähm 41,21, das ist ein ganz, das ist ganz okay hier guter 2.0 Death Ratio ähm ah, Double Clear mit der Granate schöne Sache muss aber auch passen, dass du weniger als 10 hast äh, ich weiß nicht wie viel ich hab das das schreibt in die Chatbox automatisch schreiben wieviel du hast und wieviel du noch haben darfst ok, ich hab wieder einen, äh, zwei darf ich noch ja, ok ja, ok oh, hinter uns na, da stand der Robert Legend hinter uns hinter uns ok, hinter dir hier, komm, 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 komm pass auf zack, 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 zack ah, du bist ja wohl nicht, Alter weil mich hat Creeper erledigt ich weiß nicht, wie der da immer hinkommt der ist der ist der ist gut der wartet ab, bis ähm die Situation perfekt ist oh, hä? 44 Magnum Headshot gemacht schon wieder Ruster ja, bis die Position fertig ist und dann 97 zu 20 komplett auf die Waage und dann schließt alles ab, weil er eine verblattet hat ok, ähm da die jetzt alles die kommen wieder zurück ja, die spawnen zähl hm ja, die kommen hier, ne? am Tunnel auf der Seite da sind zwei oder drei warte, Zigoner, ich spawn bei dir bleib stehen bleib stehen pass auf, dass niemand dich abschießt ok, kannst du helft irgendwie nicht da stehen ganz viele ganz links da links ok, ich hab einen doppel kill doppel kill schön oder ein suppression assist und so und einen getkill hab wieder einen ok hier ok, hab ich ja, hab ich hab ich jetzt hinter dir jetzt musst du grad nachladen scheiße Ja, ich auch. Ah, okay, Major, wir spawnen auf dir. Ah, bei Alter, ich glaube hier so ein Feind. Bin da. Minimap sieht aber gut aus. Ja, schön, was auch rein. Ein Kell hier und den zweiten sehe ich nicht mehr. Ja, sieht gut aus. Haben wir sauber gemacht. C wieder, haben wir wieder. Und dann verschweigt das für A. Dann ist da wieder hier einer von hinten. Dann geh mal hier die erste Treppe nach oben, damit das hier schon eher lauert. Okay, ähm, ja, gerade kam ein Teamkollege rein, der hat dann mal eine Hilfe gebraucht. Und da haben wir dann ein Stückle hier verpasst. Ähm, 54, 28 ist der Score. Aber wir haben etwas vorgepusht. Also nicht viel ist passiert, aber etwas. Ähm, ich hoffe, dass ihr da nicht zu viel verpasst habt. Danke. Aber das hat erstmal sauber gegeben. Ich hab dazu gebraucht. Lass immer wieder drin. Ich hab dran gar keinen Sinn weg. Ja, ich hab dran auch noch in dir Zeit. Äh. Darf ich 10 Franken haben, oder bei 10 wird dich gekickt? Bei 10 wär ich compoundsum. Bei 10 definitiv eine drange flipklaue macht dann von richtig Leg lamp... Hast du nicht gesehen? ich habe gar keine zehn raketen ich habe doch so stimmt vergessen ja schon passiert k die Küche schwarze von der Seite ist noch ich komme immer ich kann immer vorwärts pushen aber dann werde ich immer abgeschossen in der Auffassung nehm ich nicht er ist an den Wünschen dieser die ich glaub den hat niemand angetaub ach shit kanal ich kann halt auch hier Emot 70 80 90 passt also näher mit der anderen Seite sind so kann jemand von euch, Mario kannst du vielleicht links mal hin pushen ja, kann ich versuchen ok, 3 oder 4 Leute stehen direkt hier, wenn ihr von eurem Kasten nach rechts zielt, dürftet ihr mehrere Leute sind ja ok, ähm kannst du, danke nee, ich bin tot na toll, ich sollte rüberwenden und jetzt kann ich keiner bewerten, oder was naja, ich spawn bei dir, kein Problem hab ich ok, spawn auf mir, spawn auf mir wenn du nicht mehr nehmen musst oh, WP Robin Legend, uah Robin Legend nochmal, ja naja jetzt schlagen wir uns auf, die Penner haha oh, Robin Legend wurde wiederbelebt oh, von links, oh Leute oh nein Robin Legend hat mich gekillt, nach allem hier, was passiert ist ist der da mit dem Sniper, links nö ne, Orbit Ledger ist, ähm mit einem 16 A3 bei dem 16 A3 ist recht eins links ist so rum, genau, aber warte, ich spawn auf dir ja, haben sie gar noch ah, links ach, shit der Sniper, das bringt nichts ok, wir müssen auf B spawnen ok, kannst jetzt bei mir ne, ich hab schon bei B gespawnt ne, ich hab schon bei B gespawnt oh, die brechen durch rechts ja ja, hab's grad gesehen da sind vier oder fünf Leute da sind vier oder fünf Leute da wisst ihr, ob der eine SKS oder Bolt Action schießt ähm, schießt keine Ahnung ich seh da gehen und die schießen und schießen ich seh da gehen und die schießen und schießen ja, da sind zwei ohne Ecke also, Doppelkill und dann hat's mich weggehauen ja, rechts kommen die durch 950-30 heißt noch ein Kill und ich hätte ein zweier Kill, ok, das ist gut ich mein, nicht so, man darf für alle zwei Kills anerstellen zwei Kills irgendwas für eine Action man macht, bis man zwei Kills erreicht hat kann sie mich verraten? äh, ich bin doch gerade gestorben, Snipern die hat mich hier abgeschossen M40A5 ist gerade gestorben ganz ganz rechts, da müssen wir aufpassen, dass ich nicht pushen äh, links meine ich mach ich jetzt okay, warte, warte 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 ah, shit, 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 shit äh ein Nimi Storm ja und schon wieder äh, diesmal kannst du dann immer mehr ein E-E-Überlegungszeichen dran du liegst aber auch da, als ob du eine Liegestütze machst Leu, das sehe ich gerade auch Screenshot Ah ok, schönes Match als der letzte Sekunde hat Screenshot gebracht naja, äh dafür dass es am Anfang scheiße aussieht das ist jetzt eigentlich gut also eine ganz aktuelle Runde für was ich normalerweise hier mache und ähm ja, wir haben einmal ranbekommen ähm, noch ein paar Ribbons und Servicestar ein paar angenehme Sachen ähm, Servicestar ist nur 2000 ich denke, Servicestar sollte mehr Punkte sein ähm, Darkjack habe ich bekommen das ist immer gut naja, also, ich hoffe euch hat's gefallen und ähm, seh euch nächstes Mal anschließend nach